Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von IUDEN Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. So, jetzt war's es aber. Drei Kämpfe müssen reichen. Ich kann nicht glauben, dass dieser Dastard wieder weggekommen ist. Ich schwöre, das nächste Mal, dass ich ihn sehe. Hey, ich liebe den Mann auch. Aber behalte dich cool. Nach dem, was er in unserer Stadt macht? Er wird dafür bezahlt, viel. Aber das ist nicht, warum wir hier sind. Sie haben es geschafft. Wir sind frei. Die Guardian hat uns geschehen. Okay, sag mir, das macht dir nicht ein bisschen besser. Dwayne. Ja, okay. Ich meine, dieser Revenant-Pieße von Schrauben wird immer noch für deine Nichts. Aber ich glaube, wir werden uns mit einem Problem in fronte. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Kümmert euch mal um die Leute, bevor wir Rache nehmen. Wie viele Leute machen es so sicher wie möglich. Glück ist mit ihnen. Ich glaube, das bedeutet, es ist unser Geil. Genau. Wir machen uns für die Stadt Twinhorn im Süden. Dann benutzen wir die Ferry, um zu Eucrisen. Es ist eine Ferry? Wir müssen die Bordwarte zwischen Norrster und Eucrisen. Es ist schade, um zu sagen. Und es wird eine ziemlich unkomfortvolle Reise sein. Warum nicht Carys Teleportation-Zappi-Stuff? Das ist gut für eine kleine Gruppe von Leuten, aber wir können nicht alle Soldaten in Zeit. Das bedeutet, dass wir die Armee nicht zur Kraft werden können. Ja. Und ich bin nicht bereit, dass die Hoffnung komplett entfernt werden. Alles, was wir tun, lass uns schnell sprechen. Die Imperial- und Kinani-Armeen sind geschlossen, als wir sprechen. Genau. General Elektra! Ja! Was ist los? Was gibt's jetzt schon wieder für Probleme? Die Soldaten können nicht alle wegwerfen. Find' sie! Und ich will sie leben, wenn überhaupt möglich. Ja, Herr, Herr! General Vortys, ich... spreche. Ist das... ist das wirklich richtig? Ich weiß, dass ich mich nicht überrascht hätte. Aber... Ich weiß nicht mehr. Für jetzt, wir machen nur was wir müssen. Ja, wir machen nur was wir müssen. Es gibt keine Ahnung, ob wir sie wegwerfen können, dass sie sie wegwerfen können. Oder haste. Ja, 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 ja. Die Kinani-Armee ist in der Stadt. Zuerst als erwartet, auch. Das ist nicht gut, als wir nicht mit unseren Truppen gesammelt haben. Einige von ihnen könnten noch versuchen, uns zu erreichen. Dann wäre es besser für Zeit. Emma, noch mehr Zeit gewinnen. Nein. Was? Elektra macht das höchstpersönlich. Ich muss fragen, dass du das mit mir verlassen kannst. Aber ich kann das tun. Du willst, Menschen zu retten, oder? Wenn das so, das beste, was du tun kannst, ist, mit den anderen zu verlassen und sie sicher halten. Aber ich kann... wenn du an der Wunschst, wenn du gesagt hast, dass du so viele Menschen zu retten wie möglich bist? King Solas lacht auf dich. Und Valmaurisse all aber called dich ein lier. Aber ich kann sehen, dass du echtes. Und ich glaube, dass du deine Worte haben die Macht, die Menschen zusammenzubringen. Es ist so sehr klar für mich, was Countess Pariel sah in dich. Wenn ein Nobel wie ich verbreiteten, Menschen sind schnell zu sehen, die Hypokrisie und die Lachen. Aber wenn Noah spricht, seine Worte sind wahr. Denn sie sind wahr. Das ist wahr. Das ist weshalb du musst, dass ich mich verbreiteten, hierher. Du brauchst, Noah. Wieder und wieder. Eskribe heute, damit wir uns in der Krieg, morgen. Außerdem, ich habe eine Rechte zu verbreiten. Weil dein König es verbreitet? Das ist половin. Elektra! Komm schon, Noah! Push das noch weiter und du wirst verbreiteten den Generaln. Alles klar. Gut. Dann gehen wir nach links für Twinhorn. Die fortune auf dich, General Elektra. Mach das noch länger als du musst, General. Maxim, mach deine Soldaten und geh. Steht an ihrer Seite. Ich würde es nicht träumen, Frau. Ein Krieger von Narastar hat seinen General nie abandone. Ich frage dir das als persönliche Wunsch. Nach der Krieg hat mich ein Orphan. Die Stadt hat mich mit offen abgeholt. King Solas hat mich nach meiner lowen upbringing und mich als General. Er würde immer sein guter wenn nur die peace hat hat. die und verletzten und die 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 lege zu verletzten Okay. Ah, Liebeserklärung. Schön. Wunderschön. Hm. So, wir hauen ab. In diese Richtung. Ja, dann nehmen wir mal schnell die Beine in die Hand. Aber könnte ich mich da jetzt hin teleportieren? Zu dem Ort? Ich hinterfrag's mal nicht und probier's auch nicht aus. Wir sind eine zu große Gruppe zum teleportieren. Teleportieren. Bombs! Schöner Dropkick. Ich liebe es. Kabunkel. Ey, ein Kreisel. Ein neuer Kreisel, jawoll. Ich glaube, ich werde nie wieder kreiseln. Das ist so ne Sache. Die werde ich mir nicht antun. Ähnlich wie das Kartenspielen oder das Eierrennen, wobei das Eierrennen schon wieder so ein bisschen lustig erscheint. Oh. Ach, da ist das Känguru-Kind. So, das ist es. Dad, woher bist du? Nicht Angst. Du kannst hinter mir schlafen. Hm. Finger weg. Da sind die schon hier. Dad! Dad! Entschuldigung, ich bin leer, Baby-Gill. Ich bin so glücklich, dich zu sehen. M'lady, du bist sicher. Commander Noah, meine Kameraden. Was ist passiert? Bell Morris hat eine Entschließung, um uns auszupacken. Wir werden nicht die Schiffe erreichen, falls wir unseren Weg nach dem Harbour erreichen. Ein Ding. Ich schnetze mich durch. So geht's. Wir müssen einfach... Ich schlafen einen Weg. Ja. Ja. Das ist mehr oder weniger was ich auch immer sagen wollte. Nur beinahe, bitte. Um dich zu verlieren, würde ein kraschendes Blut zu der Allianz. Ich denke, Melridge hat endlich geflogen. Ich gehe mit dir, Noah. Hii. Wir sind über diesen Farúc. Wir müssen die Blut durchführen. Hey, kein Verdun. Ich gehe auch. Ich gehe auch. Das Wunden-A-Medal-Taste muss sein bisschen beeinflusst. Wer wird dich dazu komplex? Wer wird dich dazu auf? Acompanie U. Ja, wen nehm ich denn noch? Zane und Marisa müssen rein. Dann geht's. Zane, mein Mann, wo bist du? Zane, wo bist du? Ah. Mach nicht was, was ich nicht tun würde, Junge. Wir sehen uns. Zeig mir an deine Feuern. Ich werde sie in kleine Pudeln schreien. Ja. Machen wir es mal so. Ach, für eine Hilfe brauche ich noch. Meine mysteriöse Zaubertasche. So, jetzt passt es. Gut, Glückwunsch, alle. Wir tun unser Bestes, um die Linie hier zu halten. Du bist sicher, dass du Kinnani-Soldierer auf den Weg nach dem Harbour bekommst. Also, schau dir ein wütendes Eindruck. Während du bist, ich werde die Truppen sammeln. Wir folgen, als du uns das Signal geben. Gart, hol sie! Wir werden, Albi. Wir werden ein paar Schäden sammeln und finden einen Weg, um alle von hier rauszukommen. Ich versuche es. Jetzt, los geht's. Wir werden alle letzten ungratetvollen, einen von ihnen saveen. Hast du das in deine hohe Schäden, Noah? Oder musst du mich, dass du es in die Hände schrauben kannst? Hallo! Wenn jemand irgendwo zu kaufen, dann werden sie sie verkaufen. Wo ist der Harbour? Sind wir nahe? Es sollte sein. Wenn wir einen Weg zu den Schiffen entfernen, dann kommen wir hier raus. Genau, nicht deinen Garten. Oha! Ein Riesendrache mutiert. Irgendwas. Hm. Hm. Ein Empire. Und was eine wunderschöne Kreation es ist. Sicher genug. Die Jukes haben uns jeden Schritt geprägt. Es ist egal. Wir müssen trotzdem durchlaufen. Ja. Die anderen sind auf uns. Jetzt lasst uns das Ding zerstören. Ich hoffe, das klappt auch. Das sollte nicht hart sein. Experimentelles Exemplar A0099 99 Er wird jetzt weggebummst. Wie die Kamera da hin und her schwingt. Ah, Marisa hat natürlich keine MP mehr. Cool. Hier ist eine kleine Guardian Arcana. Erstmal schön 280. Gibt's? Hm. Hm. Tut weh. Du kannst mich aufhören. Lass uns aufhören. Das war knapp. Nochmal den Kettenschlag. Was hat das? So, zock. 279, ey. Ich weiß, wo wir streichen. 307, das gefällt mir. Lass mich hören. Das war knapp. Mein Turnier. Ich weiß, wo wir streichen. Ich weiß, wo wir streichen. Du bist in Ordnung? Lass mich gehören. Das war immer ein Treiber. Das war ein Treiber. Ich weiß. Fühle das. Das war immer noch nicht. Da hab ich ihn. Das war immer noch nicht. Lass mich heilen! Bereit zu heilen! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Bereit zu heilen! Geh ihn, Poobie! Heilen, Poobie! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Geh ihn! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Geh ihn, Poobie! Lass uns weitergehen! Geh ihn, Poobie! 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 Geh ihn! Geh ihn, Poobie! Heisenh? Das ist doch nicht unser letztes Stündchen jetzt hier, oder? Keine Ahnung! Ich meine, was, wenn wir die Schiffe oder was auch? Wir können nicht. Die Kinanis waren für das zu tief. Wir wären glücklich, dass wir ein einziges Stündchen sammeln würden. Außerdem, das Empire würde uns lange aufhören, bevor wir zu Ende waren. Es scheint, die Kinanis haben ihren Job geschafft, und die Erlösung zu verlassen. Nein, wir müssen nur in die Erlösung gehen. Geh' sie! Ja, Herr, Herr! Oh nein, die Imperial-Armee! Dad, ich bin Angst! Aber ich glaube, wir können, äh... ...zurendern und mit einem Schlag auf die Räste kommen. Hm? Wer? Nein? Okay, nein. Wir können unseren Krieg und machen ein Stand. Aber die Räste sind sicherlich gegen uns. Also, es gibt nichts, was wir können? Paul? Noah? Ja, was machen wir jetzt? Ich gehe. Was? Äh, nein, nur warten! Hm. Es ist meine Hände, sie wollen. Wenn ich mich in, sie... ...hier... 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 Wiegeben will... ...hier... ...hier... Nein, wirklich, warte! Diese Leute sind schade Leute. Sie werden wahrscheinlich dich auf dem Platz töten und dann kommen wir für uns. Wir sollten sie ran. Sie kämpfen wie Demen. Sie können arbeiten. Ich möchte das nicht entscheiden. Ich glaube, wir könnten uns kollektiv zu erinnern. Ich glaube, das ist eine Art Weg, zu gehen. Würdest du, bitte, einfach... ...schutze und hör'n! Sieh, Leanne, du musst nicht schreien. Wahrscheinlich so, weil du alle in deinen Scheinen hast. Jetzt hör'n! Sie ist richtig. Jeder, bitte. Ah, da kommen meine Freunde. Sieh'n... ...sieh'n? Die haben doch Angst vor Wasser, dachte ich. Da, Morris, auf dem Harber. Oh, Yulin. Feines Dienstmädchen. Biss... ...bisschen random gerade, aber... ...sieh'n? ... ... ... ... ... ... Halt schnell, Leute! Wenn ihr in die Bühne fallen, wird es die Bühne schlafen! Ein Großartig in der Erde! Ich bin zu jung, um das alles zu verraten! Ich will auf der Erde sterben! Stopp dein Blubber! Sei es ein Mann, oder sei es ein Schiarts! Unsere Leben sind ein kleiner Preis, um zu retten, um zu retten, unsere Freunde zu retten! Ist das nicht wahr? Ei, ei! Ei, ei! Das ist Yulin! Und die Schiarts! Unsere Rettung! Was bedeutet das? Sieht so aus, dass du deine Hände an deine Schultern für einen anderen Tag hättest. Ach, Hörzwein! Endlich ausgebrochen! Was ist denn da los? Jetzt dann! Ei, 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 ei! Der ist auch jetzt weg! Unterdessen, die Imperialarmee wird stärker. Noas Streitkräfte sind in verzweifelter Lage. Mein Name ist Chappell Wynlart und ich bin dein neu erwähntes Gouverneur bei der Decree des Guldian Empire. Also jetzt muss ich mal sagen, der Typ hat jede Schlacht verloren, der hat nichts gerissen und wird jetzt mit einer Stadt belohnt. Den hätte ich... Weg! Weg! Hochkant rausgeschmissen! Der Typ hat nichts geleistet! Ich gebe dir diese Proclamation. Du kannst die Backen halten. This city shall be known as Eastlert. The old name is hereby abolished. And any refusing to use the proper name will face swift punishment. Be silent! Ja, jetzt mach's auf dicke Hose hier. Your civic status in the Empire shall be second class. With the exception of the Betailed. Who shall be third class? Die Beschweifen? I will not say it again. Fortunately for you wretches, his grace dukes Aldrich is both merciful and generous. Any who possess or is attuned to a rune lens will be awarded the rights of a first class citizen and fast tracked as a potential officer in the imperial army. Also er baut sich ne komplette Armee nur mit Linsenträgern quasi. This is, I assure you, a very lucrative offer. If you believe you are eligible, present yourself at the governor's office post haste. Also... Wahrscheinlich ist das Finale so, dass wir jetzt alles zurückerobern und die große Schlacht irgendwie gehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt in meinem Zimmer wieder angekommen. Versandberichte sind da. Und ich muss mir bestimmt gleich Missionsbesprechung oder so. Hey Noah. Guten Morgen. Äh, alle sind in der großen Halle. Und... Ähm... Ja, wir besprechen alles. Ähm... Well... Ich wollte einfach mal ein bisschen Schöne. Du weißt, ich habe Schöne. 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 So, los geht's! So, erstmal ein Spalterchen. Nach 46 Stunden. Hm, vielleicht wird's doch noch ein bisschen knapp heute. Das durchzubringen. Auf jeden Fall muss ich mal kurz austreten gehen. weiter geht. Der will Spaß. Äh... Vielleicht schaffe ich es heute doch nicht. Ich nehme mir immer gefühlt zu viel vor. Ich denke mal, ich... Ich schaffe es, aber irgendwie schaffe ich es dann nicht. Es fühlt sich ein bisschen mehr als 90% an, was da noch auf einen wartet. Naja. So ist das wohl. Wenn nicht, muss ich das nochmal nachholen. Wer weiß, da muss ich das noch nachholen, ey. Aber das wird... Mal gucken. Ich gebe mir Mühe. Ich beeile mich jetzt ein bisschen. Und dann wird das hoffentlich. Opa. So. Wo sind wir? Achso, ich muss ja mal wieder hier. Zack. Jetzt läuft's wieder. Äh... Ja, nicht lang schnacken. Weiter mit der Story. Und Schokolade ist nebenbei. Ja. 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 Ich kann mir nicht mehr Gedanken nachdenken. Ja. 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 Ich bin froh, dass ich es zu hören kann. Es wird ein bisschen mehr Rage in meine Wälder geben. Also, wie viel wir uns überrascht, dass diese Lenswielder, die er kreutiert ist, nicht ein Verkaufsgericht zu bekommen? Wir wissen, dass Aldrich versucht, die Rune-Lenzen zu verwendet werden, und sie in mehr genügend benutzen. Der Drogen, den wir auf der Bühne sehen, ist ein wichtiges Beispiel. Im Labor, in dem wir gehandelt wurden, hat er die Menschen benutzt, um den Primal-Lens'-Puhr zu erzeugen. Er wird sicherlich das gleiche zu den anderen Lensbehrern, die nachher kommen. Die Duker müssen stoppen werden, bevor mehr innochen Leben verloren werden. Ein schöner Gedicht, aber um das Stadte unserer Armee. Der Empire hat eine großartige Union mit den Revenants und den Kinanis erzeugt. In Beziehung sind wir immer noch unsere Wälder aus dem letzten Konflikt. So schlecht haben wir gar nicht ausgesehen. Ein paar Neukryssianer haben versucht, den Imperial-Assault auf Heishon zu retten. Aber sie wurden komplett überrascht. Und seit dem Norestar fliehen, hat der King Salas nicht mehr gefunden. Wir konnten nicht auch General Elektra oder Maxim zu kontaktieren. Wir sehen uns, dass sie nicht genug sind. Wir haben keine Hoffnung, als wir aus der Atherabat. Ja. Aber wir haben immer die Weetree-Folk und die Shi-Arch. Das, was ich vermute, ist wahrscheinlich nicht genug. Wir haben keine Hoffnung? Wir haben keine Hoffnung überhaupt, von der Krieg in Konflikt zu retten? Keine Frau. Meine Frau. Hm. Spiel vorbei. Also hören wir jetzt auf. Game ist hiermit beendet. Was? 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 Nein, wir sind nicht zurückgekehrt. Keine Chance, das ist nicht passiert. Pupi. Natürlich eine andere Option ist, zu kämpfen. Was sagst du, Commander Noah? Kann euch doch nicht alle in den Tod stürzen. Ich meine, wenn es ich war, ich... Ich würde mich in meinen Brücken schreien, okay? Ich würde wahrscheinlich auf dem Boden schreien in einer kleinen Ballen und beginnen blubberen wie ein Baby. Es ist okay, Leon. Ich verzehbe dich. Ich mache dich. Aber das ist eine Entscheidung, die ich muss machen. Somehow. Somehow, in der Tat. Wir haben eine riesige Burg gebaut. Ich glaube, wir sind gar nicht mal so leicht zu übersehen. Würde ich mal vermuten. Aber zumindest haben wir ein wenig Zeit, um Dinge zu überlegen. Aber die Entscheidung muss sich gemacht werden. Hm. Schwierige Entscheidung. Jetzt habe ich... Erst mal eine Nacht drüber schlafen. Oder was essen. Mit leeren Magen trifft man keine guten Entscheidungen. Nur mit vollem Magen. So, was ist jetzt meine Aufgabe? Erkunde die Burg. Och. Ja, ne doch. Hier ist die Bibliothek, ne? Ich weiß nicht, was der Fuss ist. Sie haben einen Paragon von Magik wie ich, um zu der Zeit zu kommen. Nichts könnte möglich sein, dass es falsch geht. Ja. Es ist Zeit, für die guten Leute zu schlafen. Es ist wie das magische Tome, das ich als ich klein war. Die dunkle Lorde. epische Battles für den Faden des Weltes. Und die Kunst war so gut. Ich konnte es nicht aufpassen. Die Welt sind die Magik-Lorde. Die Welt sind für die Magik-Lorde. Sehe deine Zahnen, Dark Lorde Aldrich. Denn meine Lore ist gekommen für dich. Indeed. Ich muss auch überraschend diesen Tests. Oder da wird nicht erreichen, den heftigen Geist-Lorde ich suche. Aber, was ich mögliche, will ich, bis ich meine letzte Muscle-Punkt ist verraten. The Elden Realm saw a war much akin to this one But time marched on Fear not, my pretties The eldritch magic I wielded then will see us through the now I don't know what good I'll do But I'm ready to use these meager talents as best I can Once I hold dominion over the thrall I seek No army will be able to stand against me Okay, die Magier haben Bock Die Magier haben ja richtig Bock, scheinbar Gut Freut mich schon mal Die sind fit So, was haben wir noch Schönes? Hallo Hallo Nix mit Ausbauen da, die hinten werden mir irgendwas erzählen Die werden mir was erzählen Heave, ho, heave, ho Organizing the stockroom, Sumire I sure am Gotta have things ready to bust out in case Nola and everybody need to run off to war, you know Busts out Ja, rummaging killes all the pre-battle momentum I wanna be like, boom, here you go So they can be like, boom, here we go Figured, that's the best way for me to help Ha, well said, Sumire Something tells me the student is starting to surpass the teacher Wenn ich jetzt rausgehe zu Stadler oder so, muss ich mir jetzt in jedem Raum irgendwie angucken Hier ist Francesca I knew from the day I met Noah that he's somebody you can trust When my brother and the other village kids were in trouble, he went out of his way to help He's not gonna back down this time either And neither will I When Noah dashes into the fray, I'm gonna be right by his side Let those Imperial scum throw ten, even a hundred Legions our way They ain't getting past the Urena and our Dark Knight defenses Ha, ha, ha My Rune lens aches It calls for battle I'll be ready to battle too For the lives of any soldiers who were wounded Los Francesca, hau einen raus Or we could just not run towards danger But that would be the sensible thing Just don't let anyone get killed Less than that I can work with I'll be there to heal So you can focus on the important thing Was will you do that to those M's into ugly little pieces? Yeah? Let me at them! So, wird der Kommandant kämpfen oder wird der Kommandant brechen? Die größere Frage ist, was du planst, zu tun. Sie sind nicht der erste Sellsword zu missen Roll Call. Hell, es ist stupider nicht zu gehen. Die Sowads honor ihre Kontraste. Wenn Noah wählte, dann werde ich gegen die letzte Drop des Blut. Ha! Ich bin mit den dummen. Even wenn die Frau nicht auf mich betrachten, wie sie ist, Noah wird uns durch den richtigen Weg. Er ist ein guter Mann, das ist. Na ja, wenn du stupider bist, dann werde ich stupider. Ich werde der letzte, der hier stehen. Also schau auf das! Ich weiß, dass ich nicht meine Karkasse über das Seat schreibe, nur damit ich mit meinen Haaren zwischen meinen Legen rennen könnte. Ich bin hier, um zu essen. Und das BATTLE ist der Haupt-Kurs. Ich brauche nicht, dass ich die Todes leben fühle, aber ich werde nicht überbauen, all die unglaublichen Menschen, die ich hier kennengelernt habe. Oh, wenn du bleibst, Sabine. Ich bin auch. Ich bin. Du kannst immer darüber sprechen, wenn du willst. Ich werde meine Karkasse schlafen, bis sie schlafen wird. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir uns das jetzt anhören. Okay. Dann... Gucken wir mal, wo die nächste Aktion ist. Hier drüben war noch was. Bei den ganzen Leuten. Ich habe auch ein paar neue Maßnahmen, die uns zu kämpfen haben, die uns zu kämpfen haben. Ich habe auch ein paar neue Maßnahmen, Meine Ideen können nicht ein Kandel geben, aber ich habe die Unterstützung für die Möglichkeit. Ich habe auch geholfen. Art? Hm. Wunderbar. So, hier ist auch nichts mehr. Hier in der Mitte. Nö. Letztes Mal ist doch Markus hier rumspaziert. Das hat mich irgendwie gewundert. So, ich kann hier nochmal... Nee, das ist der Hauptsaal. Hier kann ich nochmal gucken. Hm. Ja, das ist der Hauptsaal. Ja, Herr. Oh, bitte. Das ist der einzige Teil, das ist obvious. Du bist dann so sicher? Ich bete nicht auf einen verletzten Hals, Melrich. Gut gesagt. Ich, auch für meinen Teil, glaube ich in ihn. Wir machen das schon. Ich mach mir da ja keine Sorgen. Wir ziehen das einfach durch. Dann wird ein Spaziergang. So, was passiert jetzt? Ja. Wenn die Allianz entscheidet, zu erinnern, was bedeutet das für uns? Na, ihr müsst ins Exil. Ja. 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 Ist mir so schwer für mich und meine Schäuse. Und ich möchte das Abfall geben. Ich auch. Wir ... ... wir .. ... beide mit euch. Ihr seid sehr leid, die beiden an Sie. Aber du musst mir nicht überraschieren, Melu. Es kommt nicht darauf. Wie wissen Sie? Weil ich ihn kenne. Hm. Was soll ich denn jetzt noch hingehen? Echt? Muss man sich jetzt so viel angucken? Hätte ich mal nicht so viel rekrutiert. Das ist ja grauenhaft. Ah, Eupharious ist schon wieder ein bisschen... Ich bin wahr. Noah hat uns den Zahn gewonnen. Er wird nicht die falsche Wahl machen. Wir müssen bereit sein, wenn die Ordnung kommt. Wir kämpfen nicht nur für ihn, sondern für unser eigenes Zukunft. Ich erinnere Noah eine Gratitude. Mein Speer wird für ihn tanzen, wie es niemand vorher gesehen hat. Ich weiß, es ist ein Jahrzehnt, wenn ich einen sehen kann. Und du wirst nicht das Rysenstarr sehen, wie es das Rysenstarr ist. Running ist was andere Dwarven tun. Nicht dieser. Ein Poet, dann. Hope beginnt eine Slender Flamme, die, von allen, kein Tyrant kann verraten. So, was passiert jetzt? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Poobie? Genau. Ich glaube, ich sollte weniger und mehr vorbereiten. Danke, dass mir das Problem mit einer Pepp-Talk zu retten. Ich brauche gar keine Motivationsrede halten, die sind alle so motiviert und heiß. So, da ist nichts. Oh, hier noch was. Das ist eigentlich Periel's Home, ne? Periel. Hallo, Periel. Hatte schön ein bisschen ein dekadentes Zimmer. Da steht er alleine. Ich denke, das erkundet die Burg. Erkundet die Burg. Eigentlich hätte ich damit eingesprochen jetzt, oder? Ja. Denke doch. Ja, Gott. Was soll jetzt hier da groß sein? Ich könnte nach unten in Kerker gehen, ja. Oh, hier war ich eigentlich überall. Ah, hier draußen noch, natürlich. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Wir werden sterben? Was? Wir werden nicht sterben, Babygirl. Nicht während ich noch spiele. Du glaubst mir nicht? Wir werden zurück und gehen jetzt. Ja? 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 Ja, meine Eltern denken, dass ihre Kinder zu jung sind, aber sie sind. Komm schon, Guru. Sie weiß, dass du nicht zu gehen. Ey, warte. Ja? Alles klar, Alibi. Ich werde ihn nicht zu dir, auch nicht. Wir werden das. Dein Vater nicht zu gehen, weil er nicht zu verlieren, auch nicht zu verlieren. Alles klar, kann ich nur die Parenting selbst machen? Oder... Du bist glücklich, Dad. Nicht jeder hat so großartige Freunde. Du wirst zu gehen. Du wirst zu gehen. Schau, du bist mein Nummer 1. Ich bin nicht zu lassen, jemanden zu dir. Aber... Es gibt einige kämpfe, du einfach nicht zu gehen. Ich weiß. Nein. Ich liebe dich, Dad. Ihr habt nie 계 den Gefühlen hochgedreht. Ich bin bereit zu kämpfen. Komm schon, bitte! Als du uns sagst, dass du eine Resistenz-Armee geformt hast, haben wir unsere Leben zu dir gebeten. Erinnerst du? Es gab keinen Moment seit, dass wir es nicht vergangen haben. Das ist richtig. Seitdem sie es nicht vergangen haben. Ja, Herr. Wir haben unsere Gedanken in der Nacht gemacht. Es ist so, dass du ein Mann wert, um unsere Leben zu riskieren. Das sind die Ideen, die du in glaubst. So kannst du all diese Second-Güßung jetzt stoppieren. Dein Herz weiß, was richtig ist. Es hat immer. Also, glaubst du in es. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Gefühle haben nicht verändert seit der Nacht. Ich fühle mich gleich jetzt. Auch wenn ich hier bin, mit so vielen neuen Freundinnen bin. Vielen Dank. Ich weiß, was ich jetzt machen. Gut. Gut. Wir geben auf. Gut. Wir geben auf. Wir geben auf. Das wär's ja. Das wär's ja. Oh. Hm. 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 Wait, I was still only great? Huh? No way. Did Ymir just make a joke? Bad form. Hm. Nearly excellent for my day. Ha ha ha! Now I've truly seen it all. If you're ready, Noah, then lead us onward. Straight and true. Straight and true. Mensch. Okay, dann. Hm, Summer Game Fest ist ja... Hab ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Interessant zu sehen. Dass das ja auch grad irgendwie noch nebenbei stattfindet. Okay. Ähm, ja. Dann, ähm... Gehen wir jetzt in die Schlacht. Jetzt haben wir das so groß aufgebaut. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ballern hier noch. Dann, ähm... So, Commander, have you come to a decision? His face seems to say yes. Noah? Noah? We're going to keep fighting. We're going to stop the Empire. If there was a way to save all of you by turning away from this, I'd do it. But the Jukes will never allow it. We know what he did to Yelous village. And what he's beginning to do now in Haishan, he's going to end so many lives. Und genau deswegen müssen wir ihn aufhalten. I know what I'm asking of you won't be easy. But it won't be beyond the realm of possibility either. So I say we fight and protect as many people as we can. Now that's what I like to hear. Poo-pi-poo! Yes, yes, I do like the sound of that. Let's rise up and fight again as when we first defended Haishan. Sharks never shrink from a chance of glory. And this battle will be the most glorious of them all. Here, here. We must put a stop to Aldrich's barbaric reign. See? I knew I chose the right person. So, what we need now is a strategy. A way to win the war against the Empire. Melrich? Er hat doch schon einen Plan, oder? With all respect, Commander, that is a ludicrous request. We'd be lucky to defeat the imperial army in a single battle, much less a war. So, it's impossible? Das habe ich nicht gesagt. Was ludicrous, not impossible. Besides, I know a worthwhile challenge when I hear it. Sounds like you have an idea. First things first. We must reinforce our army by gathering as many of the scattered Eucrissian and Noristari troops as possible. In addition, there is another small military force to whom we might appeal for help. Die Elfen. I knew I was asked here for a reason. Something tells me you've had this ludicrous plan in your back pocket all along. Guilty as charged. Can we count on the second son of the forward clan? Well, I'm none too keen on looking my brother in the eye again, but I guess it's time to swallow my pride. The Elves are likely to be drawn into this conflict sooner or later anyway. Oh, Alwey. Relax, Lilowyn. I'm not gonna punch him in the face this time. That's not what I... So there you have it. Good Alwey here will be our Emissar to the Elves. Appreciated. No problem. I'll figure things out somehow. Permit me together the Eucrissian troops. And the Guardians will get our butts in gear and track down what's left of the Noristarii. Okay. Commander Norton, I think it's a good time for you to seek out new allies as well. Noch mehr. Habt schon genug. Habt schon genug. Habt schon genug. Noch mehr Leute rekrutieren. Ich hab doch schon so viele. Vielleicht reicht das ja schon. Logisch. Aber wir sind schon über hundert Leute mittlerweile. Hundert und eins müssten wir schon sein. Reise die Welt. Ich kann eh nix ausbauen, weil... Oh, bitte, komm in. Ich könnte jetzt mal hier die Berichte abgreifen noch. Hey there. Äh, ja hier, äh, Berichter. Na, eine wurde abgebrochen. Siehst du, das ist halt... Wenn du die halt rausziehst... Oder da wird eine Person halt rausgezogen, automatisch. So. Entsenden. Gut. Entsendet. Vielleicht kann mir Bababa noch ein bisschen was mitteilen. Was wirst du sehen? Ah, Dijkstra bin ich da auch schon begegnet. Wo treibt der sich rum? Aber ansonsten gibt's gar nicht mehr so viele. So. Entsendet. So. So. Entsendet. Im Hügel-Hügel-Dingsbums-Grab. Ohne Hügel-Ding-Ling-Ding-Bumm. In einer Bildungsmeldung, sind wir? So. Das sieht aber... Äh, sie müsste doch bestimmt irgendwo in der Stadt sein. Mal gucken, wo. Hm. In der Bar vielleicht? Weil sie will ja ein Auditorium irgendwie so aufmachen, was ja was mit Musik zu tun hat. Und... Ich hab in der Bar ein Klavier gesehen. Vielleicht ist sie da. Okay, bingo. Oh, hallo, Noah. Ich dachte, ich hätte ein kleines Raum, wo Leute zu Musik hören können. Ich bin auf dich, um mich nach meinem Vater zu schauen, okay? Oh, und du bist willkommen, mich für ein paar Songs zu sein, wenn du es so fühlst. Oh, eine neue Rezepte. Willkommen. Danke. Äh, wunderbar. Bereise die Welt. Aber aktuell irgendwie gar keine Lust, die Welt zu bereisen. Ja, mal ein paar Leute mitnehmen. Beziehungsweise. Äh, äh. Great, ich bin in. Dann nehme ich trotzdem. francesca ist gut Momo ist gut. Wer nehme ich denn noch mit? Grauenhaft, wenn man so viel Auswahl hat. Du bist glücklich, dass du eine Karte genommen hast. Du bist glücklich. Habe ich nicht wirklich Lust. Da ist er doch. Kreiseln will ich nicht wirklich. Ah, verrückt. Habt ihr über deine schweren Bremsen. Aber das Schmied ist da. Will ich es gehen? Oder ist das, was Dykstra nennt es Quits? Hm, ich mach jetzt keine Quest mit dem. Hey, friendo. Didn't we cross paths once in the desert? Got an offer for you. Any chance you could be talked into an exciting physical challenge? Nein, kann man nicht. Dykstra doesn't skimp on the rewards. All you gotta do is help, brah. An exciting physical challenge? That's right. The EPC to end all EPCs. Not far from Twin Horn. I know this amazing place. Gonna rock you like a hurricane. Ready for this? There's this gigantic stone turtle out there. The Colonian Goliath Valashnoob. And we ain't riding the turtle to get to where we're going. The turtle is where we're going. Ah, bet you're thinking. The Dykstra. Turtles don't have dungeons on their back. To which I can only coolly reply. I shell you not. I shell you not. All right, fair enough. Oh, he haggles. All right, all right. Ja, machen wir mal ein andermal. Missed your friendos. Now come on. No time to waste. Reaching the Colonian. Okay. Wait, what? Sure. Ain't no time. Now let's go. Hm, hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, aber... Da sind irgendwie viele Ressourcen. Ich kann da bestimmt auch wieder gehen, oder? Ja. Adventure promised? Which part? Trying to bring the ship up alongside this thing or clambering up? Ah, don't be a downer. The fun part starts now. You and your broad Dykstra are gonna remember this lens hunt for... Yeah, if we survive the hours to come. You worry too much. I'm telling you, this place is a huge score. All that raw lens we find is gonna be Dykstra's treasure. And in return, you get Dykstra as your treasure. That's what you call it. Win, win, win. Now get your Kyster and Geek. Woah, woah, woah. I just need to... Ja, okay. Okay, lass das nicht. Ist das richtig? Ich hätte ja fast gesagt ja. Hm. Vielleicht muss ich doch einfach nur mal übernachten oder so, oder? Jetzt kommt sie hier nicht mehr raus, ey. Was ich alles eingesammelt habe, ey, müsste ich... Aber ich denke, das wird es schon gewesen sein. Ansonsten... Gehe ich jetzt einfach mal zurück. Vielleicht... Vielleicht triggert das ja was. Uiuiuiuiui. Da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben dalassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich sage Tschö mit Ö. Reingehauen. Und zum nächsten Mal. Mal. Mal.